Herzlich willkommen zur Vorlesung im Sommersemester 2021 am Seminar für Allgemeine Rhetorik. Das Thema der Vorlesung in diesem Semester lautet Rhetoriktheorie Positionen aus Europa. In ihrem Interesse an der Theorie der Rhetorik schließt diese Vorlesung an die des vergangenen Semesters an. Dort standen ausgewählte Themen und Felder der amerikanischen Rhetorikforschung im Zentrum. Nun geht es komplementär um Europa. Die beiden Vorlesungen ergänzen sich also. Die Vorlesung in diesem Sommersemester ist aber völlig unabhängig von der des Wintersemesters zu hören und zu sehen und sie verfährt auch konzeptionell unterschiedlich. Denn die Rhetorikforschung hat sich in Europa gänzlich anders entwickelt als in den USA. Und hierzu möchte ich nun eingangs einige Anmerkungen machen, bevor ich dann auf das Programm der Vorlesung und auf mein Konzept etwas näher eingehen möchte. In den USA gab es seit dem 17. Jahrhundert eine kontinuierliche Rhetoriktradition in Gestalt der sogenannten Composition Rhetoric, die das wirkungsvolle Schreiben lehrte, und der Ilocutionary Rhetoric, in der korrekter und effektiver stimmlicher Ausdruck und Körpersprache geübt wurden. Lehrveranstaltungen zu diesen zwei Feldern der Rhetorik gehörten seit dem 18. Jahrhundert zum Lehrprogramm der amerikanischen Universitäten und sie gehören es natürlich in veränderter Form teilweise heute immer noch. In den 1910er und 1920er Jahren entdeckten dann die Mitglieder der sogenannten Cornell School of Rhetoric, Dozenten an der Universität im US-Bundesstaat New York, die klassische Rhetorik wieder, also die Rhetorik der Antike, die im 18. und 19. Jahrhundert keine zentrale Rolle gespielt hatte. Vor allem die Rhetorik des Aristoteles wird nun zu einem wichtigen theoretischen Bezugspunkt. Und in dieser Zeit erschienen auch die ersten wissenschaftlichen Zeitschriften. Es erschien nämlich das Quarterly Journal of Public Speaking, das nur wenig später in Quarterly Journal of Speech umbenannt wird. Diese Zeitschrift ist ja bis heute ein Zentralorgan der amerikanischen Rhetorikforschung. Und es wurde in diesen Jahren auch die erste Fachgesellschaft gegründet, die es heute ebenfalls immer noch gibt, wenn auch unter anderem Namen und mit anderer Ausrichtung. Die National Communication Association, kurz NCA, die zentrale kommunikationswissenschaftliche Fachgesellschaft in den USA. Die unterschiedlichen Benennungen gerade der NCA und eben ihrer Vorläuferorganisation sind auch Zeugnis für die Entwicklung des Faches Rhetorik oder Speech Communication. Von der Untersuchung der Rede eben, der Speech als Gegenstand der wissenschaftlichen Analyse hin zur weitergefassten und auch nicht mehr in allen Teilen rhetorischen Kommunikationswissenschaft. Nimmt man nun die Cornell School of Rhetoric mit ihrem emphatischen Rückbezug auf die Antike als Startdatum, dann kann die Rhetorikforschung in den USA also auf über 100 Jahre mehr oder weniger kontinuierlicher Fachtradition zurückblicken. Wie ist nun die Lage in Europa? Im Gegenzug zu den USA ist die Lage in Europa fragmentiert. Ja, man kann sich durchaus die Frage stellen, ob man vielleicht besser oder ab wann man überhaupt von einer dezidiert europäischen Rhetorikforschung sprechen kann. Wiederum kann der transnationale Organisationsgrad von Forschung ein Indikator sein. Eine Rhetoric Society of Europe, abgekürzt RSI, wurde offiziell erst 2018 gegründet. Sie geht zurück auf eine Initiative von RhetorikforscherInnen, vor allem aus Skandinavien und aus den Belelux-Ländern, die seit den 2000er Jahren eine Konferenzreihe zum Oberthema Rhetoric in Society organisierten. Daraus ist schnell eine gesamteuropäische Initiative geworden und ohne Corona hätten wir in Tübingen im Mai 2021 die achte dieser Konferenzen zum Thema Rhetoric as Strategic Thinking abgehalten. Das mussten wir nun verschieben. Ein europäisches Rhetoric Journal, das mit Zeitschriften wie Rhetoric Society Quarterly, Rhetoric Review, Philosophy und Rhetoric, eben mit dem Quarterly Journal of Speech vergleichbar wäre, existiert bis heute nicht. Allerdings hat es dazu in den vergangenen Jahren immer mal wieder Überlegungen gegeben und vielleicht werden wir ein solches Journal in der nahen Zukunft auch noch sehen. Sie sehen also daran, dass die Situation in Europa eine gänzlich andere ist als in den USA. Es gibt in Europa neben unserem Tübinger Seminar für allgemeine Rhetorik kein Universitätsinstitut für Rhetorikforschung mit vergleichbarer organisatorischer Selbstständigkeit. Was es aber durchaus gibt und das durchaus auch in bemerkenswerter Zahl sind Kolleginnen und Kollegen, die eben in ihren Fächern und vielfach mit inter- oder transdisziplinären Ansätzen Rhetorikforschung betreiben. Und die vergangenen 20 Jahre haben eben auch gezeigt, dass die Rhetorikforschung in Europa stark an Attraktivität gewonnen hat. Rhetorik ist also heute in Europa eine durchaus aufstrebende Forschungsrichtung, die in unterschiedlichen Disziplinen betrieben wird. Nun könnte man natürlich nach den Gründen dieser sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den USA und in Europa fragen. In den USA gibt es eben 100 oder mehr Jahre Fachtradition, während sich die Rhetorikforschung in Europa als europäische Rhetorikforschung im Moment gerade erst konstituiert. Und ich möchte dafür zwei Gründe nennen. Erstens, zunächst ist klar, dass die Idee einer europäischen Rhetorikforschung so etwas wie eine positiv verstandene europäische Identität erst einmal voraussetzt. Natürlich hat es auch im 20. Jahrhundert in Europa Rhetorikforschung gegeben. Das sind ja genau die Positionen, die Gegenstand dieser Vorlesung sind und die wir im Verlauf dieses Semesters dann auch kennenlernen werden. Deshalb heißt diese Vorlesung auch Rhetoriktheorie Positionen aus Europa und nicht Rhetoriktheorie europäische Positionen. Die Konstitution einer europäischen Identität innerhalb der Rhetorikforschung zeichnet sich eben erst seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts ab und die Gründung der Rhetorik Society of Europe ist hierfür ein Zeichen und die Aktivitäten der Society sind eben auch der zentrale Motor europäischer Vernetzung. Davor und heute natürlich immer noch fand Forschung zu rhetorischen Themen über lange Zeit überwiegend im nationalen Rahmen statt. Eine wichtige Ausnahme ist die International Society for the History of Frederick, die 1977 als multinationale Gesellschaft der historischen Rhetorikforschung in Zürich gegründet wurde. Nationaler Rahmen heißt in diesem Falle Forschung und Forschungskommunikation findet eben wesentlich in der jeweiligen Sprache des Landes und auf Basis von Theorieansätzen, die wir etwa in der Germanistik auf der im 20. Jahrhundert viele Wiederentdeckungen, viele Impulse zur Wiederentdeckung der Rhetorik kommen, eben ein dezidiert nationales Gepräge haben. Gemeint ist eben die Falle der Germanistik aus dem 19. Jahrhundert stammende Idee der Nationalphilologie. Zweitens und damit unmittelbar zusammenhängend kann man etwa für die Germanistik, auf die ich mich hier heute beschränken möchte, feststellen, dass im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert und im Grunde bis in die 60er Jahre hinein Konzepte von Literatur und literarischer Produktion vorherrschten, die eben eine deutlich antiretorische Note hatten. Es sind Konzepte wie das Genie oder das Erlebnis, die im Kern mit der Vorstellung der Rhetorik das Schreiben und Reden leer und lernbar sind, nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Und es gibt speziell in Deutschland in der Ästhetik und in der Kunstphilosophie seit Kants Kritik der Urteilskraft von 1790 eine einflussreiche Ablehnung, ja eine regelrechte Verachtung der Rhetorik, Kant hielt sie bekanntlich für gar keine Achtung würdig. In den anderen europäischen Ländern gibt es ähnliche Entwicklungen, teilweise aber auch ein stärkeres Weiterleben der Rhetorik. In Frankreich etwa hieß die Abschlussklasse des Gymnasiums bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Rhetorik-Klasse, in der Tradition eben eines von den Jesuiten geprägten frühneuzeitlichen Bildungssystems. Um 1900 aber war die Rhetorik überall in Europa auf dem Rückzug oder sie war bereits verschwunden. Die zwölf Theoriepositionen, die wir in der Vorlesung kennenlernen werden, haben gemeinsam, dass sie erst einmal das verlorene Terrain zurückerobern und einen positiven Begriff von Rhetorik formulieren müssen. Dieser sozusagen apologetische Zug kennzeichnet viele der europäischen Positionen innerhalb der Rhetorik-Theorie, die eben in einem im Vergleich zu den USA gänzlich anderen der Rhetorik stärker feindlichen Theorieumfeld formuliert worden sind. Die Rhetorik steht also in Europa unter einem besonderen Rechtfertigungsdruck, ihre Existenz legitimieren zu müssen. Welchen Mehrwert für die Interpretation literarischer Werke haben rhetorische Kategorien? Das ist eine so eine Frage. Welche Erkenntnisfortschritte verspricht es, logische Probleme mit den rhetorischen Begriffen zu beschreiben? Das ist eine zweite aus der Philosophie, der Logik. Wie kann die Rhetorik helfen, Probleme der Semiotik und Seminologie zu lösen? Und überhaupt, vierter Punkt, wie viel von alter Rhetorik steckt in neuen Theorien, in neuen Disziplinen? Das hat man zum Beispiel für die Textlinguistik immer wieder postuliert. Diese und ähnliche Fragen werden uns im Verlauf der Vorlesung beschäftigen und damit komme ich zum Programm der letzten, der nächsten Monate. Es geht los am 28. April mit einer synchronen Vorbesprechung der Vorlesung auf Zoom. Hier haben Sie natürlich auch Gelegenheit, Fragen zum Inhalt, zu den Arbeitsformen, zu den Leistungen der Klausur am Semesterende zu stellen. Den Link dazu finden Sie auf der Lernplattform Ilias, die wir im Verlauf dieses Semesters wieder verwenden werden. Treten Sie also unbedingt bis zum 28. April dieser Lehrveranstaltung bei. Das Passwort haben Sie per E-Mail bereits erhalten. Diejenigen, die angemeldet sind. Zweitens. Am 5. Mai geht es dann thematisch los mit Friedrich Nietzsches Rhetorikvorlesung, gehalten an der Basler Universität wohl im Wintersemester 72, 73, 1872. Berühmt geworden ist aus diesen Vorlesungen ein Satz, die Sprache ist Rhetorik. Was es mit dieser Vorstellung einer grundsätzlichen Rhetorizität der Sprache auf sich hat und warum Nietzsches Position dann für die Poststrukturalisten und Dekonstruktivisten ab den 1960er Jahre besonders attraktiv ist, war das werden wir dann sehen. Drittens. Am 12. Mai steht Ernst Robert Kurzius' großes Buch Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter im Zentrum. Erschienen 1948, geschrieben in den dunklen Jahren des sogenannten Dritten Reiches, entwirft Kurzius gegen die Idee einer völkisch-nationalen Literaturgeschichte das Programm einer europäischen Literaturgeschichte, deren Leitfrage sozusagen ein eindes Band, das Lateinische und die Rhetorik sind. Zentral und ebenso umstritten ist dabei Kurzius' Konzept einer literarischen Rhetopik. Viertens. Am 19. Mai bleiben wir zunächst in der Romanistik. Wie Kurzius war auch Heinrich Lausberg Romanist, allerdings Sprachwissenschaftler. Sein 1960 erschienenes und seither bei Studierenden und auch manchen Lehrenden gefürchtetes Handbuch der literarischen Rhetorik steht für ein neues Interesse der Linguistik an der Rhetorik, ihren Begriffen und Kategorien. Lausbergs enges Rhetorikverständnis ist dabei nicht unwidersprochen geblieben. Am heftigsten erhob der Anglist Klaus Dockhorn in einer umfangreichen Rezension 1966 Einspruch. Fünftens. Am 2. Juni geht es um den Neubeginn der Argumentationstheorie. Dafür steht die 1958 erschienene umfangreiche Nouvelle-Rhetorik von Chaim Perlmann und Lucy Olbrechts-Tüttecker. Beide entwickeln eine argumentationstheoretische Rhetorik auf Grundlage vor allem von Aristoteles und stellen dabei auch philosophische Überlegungen zur Frage der Gültigkeit von Argumenten an, die mit dem Begriff der universellen Zuhörerschaft verbunden sind. Sechstens. Am 9. Juni steht der französische Strukturalist und Seminoge Roller Barth auf der Agenda der Vorlesung. Barth entwickelte in seiner strukturalistischen Hochphase seit dem Ende der 1950er Jahre ein intensives Interesse an dem, was er die alte Rhetorik nannte. Ein zentral und sehr einflussreich ist ein kurzer Aufsatz über die Rhetorik des Bildes, der den Beginn der heute umfangreichen Forschung zur visuellen Rhetorik markiert. Siebtens. Am 16. Juni widmet sich die Vorlesung dem deutschen Philosophen Hans-Georg Gadamer, der in seinem Werk Wahrheit und Methode erschien 1960 eine philosophische Hermeneutik formuliert hatte. Im Nachgang zu diesem Hauptwerk von Gadamer und als dessen Ergänzung und Fortführung erschienen in den 1960er und 1970er Jahren einige Aufsätze, in denen Gadamer das Verhältnis von Hermeneutik als Lehre eben vom Verstehen und der Rhetorik untersucht. Das werden wir uns angucken, auch mit Blick auf die Vorgeschichte. Achtens. Den Begriff des Strukturalismus hatte ich ja schon erwähnt. In diesem Kontext stelle ich dann in der Vorlesung vom 23. Juni einige Theoriepositionen vor, in dem es um die Reformulierung der rhetorischen Figurenlehre auf dem theoretischen Fundament der modernen Linguistik geht. Insofern knüpft diese Vorlesung dann auch an die über Lausberg an. Seit den 1960er Jahren sind zahlreiche Bücher und Aufsätze erschienen, die sich dieser Theoriefrage eben widmen. Die bekanntesten stammen von der in Lüttich arbeitenden Groupe Mue um Jacques Dubois, die 1970 eine Rhetorik General veröffentlichte, ein Buch, eine allgemeine Rhetorik. Wichtig ist zudem der deutsche Anglist Heinrich F. Plett, dessen abschließender Beitrag zu diesem Feld, das im Jahr 2000 erschienene Buch, systematische Rhetorik ist. Und der dritte im Bunde, der französische Literaturtheoretiker Gérard Genette, wird auch vorkommen in dieser achten Vorlesung. 9. Am 30. Juni geht es dann um Lothar Bornscheuer und dessen Topic-Konzept, das er in dem 1976 erschienenen Buch Topic zur Struktur gesellschaftlicher Einbildungskraft entwirft. Das Buch werde ich vornehmen und dabei vor allem auf das sehr gedrängt formulierte Kapitel zu den vier Strukturmomenten eines allgemeinen Toppersbegriffs eingehen. 10. Am 7. Juli geht es dann einmal mehr um Josef Kopperschmidt, den wichtigen Rhetoriker und Argumentationstheoretiker, der seit den 1970er Jahren eine am Paradigma der Verständigung orientierte Rhetoriktheorie entworfen hat. Ich werde in dieser Vorlesung eingehen auf Kopperschmidts letztes oder neueste Buch, das 2018 mit dem sprechenden Titel Wir sind nicht auf der Welt, um zu schweigen, erschien. 11. Am 14. Juli geht es mit dem Humanismusforscher Ernesto Grassi nur scheinbar nach Italien, denn Grassi verbrachte sein gelehrten Leben in Deutschland. Studiert hatte Grassi unter anderem bei Martin Heidegger. Seit 1948 war er Professor für Geistesgeschichte der Renaissance an der LMU in München. Grassi hat ein umfangreiches Werk zur Rhetorik verfasst, dessen Grundtenor derjenige einer Verteidigung der Rhetorik gegen die Herrschaft des Rationalismus ist. Grassis Forschungen wurden seit den 1980er Jahren vor allem durch Übersetzungen in den USA sehr bekannt und sind dort bis heute eine einflussreiche Position in der philosophischen Rhetoriktheorie. Die zwölfte und letzte Vorlesung am 21. Juli widmet sich dann dem Konzept der Rhetorical Citizenship, das die beiden dänischen Rhetoriker Lisa Willertsen und Christian Koch in den 2010er Jahren in einer Reihe von Aufsätzen formuliert haben. Beide betonen die Zentralität der Rhetorik für alle Diskussions- und Entscheidungsprozesse in der Demokratie und weisen dabei auch auf die Notwendigkeit rhetorischer Bildung hin, damit Bürgerinnen und Bürger an deliberativen Prozessen teilhaben können. Damit sind wir mit dem Programm durch und am 28. Juli steht dann die Klausur auf dem Programm zur regulären Vorlesungszeit. So viel für heute als Appetithäppchen zum Programm der Vorlesungen. Elf oder zwölf Vorlesungen sind nicht viel und so gibt es einige Namen, die eben nicht auftauchen, etwa Martin Heidegger, Steven Tullmine, Hans Blumenberg, Umberto Eco. Insofern erhebe ich auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber es sollte doch sein Spektrum von Positionen in der Vorlesung vorkommen. Weitere Infos zu den Arbeitsformen dann in der Synchron-Zoom-Sitzung am 28. April. Bitte schauen Sie auch unbedingt in Ihr studentisches E-Mail-Postfach, denn nur dieses ist mit Ilias verknüpft. Wenige Hinweise heute zu dem, wie ich mir das vorstelle. Die einzelnen Vorlesungen sollen nicht länger als 45 Minuten dauern. Sie werden jeweils den Theoretiker oder die Theoretikerin vorstellen, die Theorieposition am Beispiel eines zentralen Textes darstellen und diese dann würdigen und kontextualisieren. Die Videos werden Sonntag um 18 Uhr auf meinem YouTube-Kanal jeweils freigeschaltet, können dann angeschaut werden, asynchron und bleiben auch dort. Wir treffen uns dann jeden Mittwoch um 12 Uhr, CT, zur regulären Vorlesungszeit, live auf Zoom zu einer Vertiefung und vor allem zur Klärung von Fragen, die aufgetaucht sind. Den Theorietext, den ich bespreche, gibt es auf Ilias, damit Sie ihn auch lesen können. Es gibt vielleicht auch Ausschnitte bei den längeren Texten oder Hinweise, welche Kapitel einschlägig sind. Ich möchte nämlich am Mittwoch jeweils auch immer einige inhaltliche Fragen stellen. Wie immer bei Vorlesungen ist die Teilnahme an dieser Synchronsitzung freiwillig, aber die Kenntnis des Textes ist dann doch für die Klausur relevant. Diese synchrone Sitzung am Mittwoch soll nicht länger als 45 Minuten dauern. Um 13 Uhr sind wir dann jeweils fertig. Studierende, die in der Vorlesung auf Ilias angemeldet sind, erhalten dort auch Zugang zu einer Bibliografie, die im Laufe des Semesters immer noch weiter aktualisiert wird. Und für diejenigen, die von außen kommen, Gäste, herzlich willkommen. Danke für Ihr Interesse. Danke für die Arbeit, für das Interesse an der Arbeit, die wir hier in der Tübinger Rhetorik leisten. Aus Gründen des Urheberrechts kann ich Ihnen die Texte selber nicht zur Verfügung stellen, aber Sie erhalten Zugang zu der Bibliografie über einen Link auf ein Google Docs. Das finden Sie unten im Kommentar zu diesem Video. Damit sind wir für heute durch. Danke für Ihr Interesse. Ich freue mich auf das Sommersemester und freue mich dann, Sie wieder zu sehen. Digital halt, aber trotzdem in der Zoom-Sitzung am 28. April. Für heute sage ich Tschüss und bis dahin.